Der Klotz ist weg. Ja? Alle beide weg. Den musst du herunterschmeißen. Ich hab den Schlauch jetzt mal draußen gelegt. Das ist dann irgendwann passiert. Ich kann doch nicht auf den Mitte gehen. So, der Keller war jetzt fast. Blutschuldig. Die Berliner Schule und der Underschein. Das ist alles. Wir sind in der Mitte zu sehen. Die Ereignisse und der Ereignisse der Platz ist. Die Ereignisse mit den Schlauch aus der Seite. Die Ereignisse des Unterlagen ist natürlich noch eine Sache. Die Schlauch der Ereignisse zu Ordern, das ist sehr wichtig. Die Ereignisse zu Ordern und drängen. Die Ereignisse mit den Kurs aus der Kapitel, die Schlauch des Unterlagen soll. Die Konfirma dieser Neufer errichtet sich noch die Sp Gorebergs 3. Neuner packen, ne? Ja, ne? Da schwenke ich genau rein. Vielleicht kann man auch nicht anders durchdrehen. Ja, ich lade drauf, das ist egal. Ich lade mich an der Ecke. Wird nicht anders gewöhnt. Weißt du, willst du gelacken? Lacken müssen wir wieder mit der Hand aufgeben. Auch. So, das ist leider schon hoch genug. Ich habe nicht gemeint. Ja, das ist nicht da drin. Ja, ja. Hier kommt der Hund, ja. Ja. Jürgen, hier verraste ich. Du, ich war mir ja oben auf dem. Aber ich komme da gar nicht mehr raus. Dann darfst du auch nicht da. Vielleicht kann ich die Garte auch aus dem Tag wegverschließen. Das weiß nicht, jeder von zwei nach oben. Ja, das war ein paar Meter. Hüste gehen. Ich bin ja nur drei Meter. Das ist auch. Wollt ihr die Wattaktiv aufstehen? 20 Kilometer brauchen. Na, das ist auch gemacht. Und das ist auch. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu bauen? Ein Jahr. Ein Jahr. Über ein Jahr. Aber wie kamst du denn auf so eine Idee? Weiß ich auch nicht mehr. Nein, ist doch. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Ja. Ja, die waren ein Stück weiter weg. Das war ja nicht so. Aber die muss doch nicht. Ja, der ist nicht so. Ist das schon? Ja, der ist nicht so. Ein bisschen rüber. Ja, ein Stück. Ja, absolut. Ja, ich hab nichts mehr hier. Warte mal, ich hab Pulli. Mit dem Holz geht doch. Du hast doch mal was von dem Vlies, oder? Nicht passiert, Pulli. Hä? Können wir die mal laufen? Weg. Komm mal wieder zu mir, vielleicht komm ich an. Ja. So, lass uns stramm. Ja. Ja. Ich werde jetzt die Lassen oder? Ja. Ich werde jetzt die Lassen. Lassenverkehr ist jetzt oben. Vielen Dank.